Unsere Klasse Hey, was haben wir noch heute? Jetzt haben wir Mathe und dann Sport. Na schön, dann habe ich keine Sportschuhe mit. Jochen, wir spielen doch heute Volleyball. Ich habe keine Hausaufgabe. Verena, schon wieder? Das ist Fabian, der macht immer Streiche. Das ist Claudias Rucksack. Das ist Claudia und sie ist sehr schön. Ich finde sie toll. Das ist unser Mathelehrer, Herr Schneider. Er ist streng und etwas nervös. Guten Tag. Guten Tag.